Die 11 kg Gasflasche soll getauscht werden. Hier gibt es einen Automaten, da drückt man auf Tausch. Da steht drauf Gasflaschenventil und Ventilmutter vor dem Einstellen der Gasflasche in den Automaten vollständig schließen. Bestätigen. Bitte Tür öffnen, die Flasche einstellen. Tür öffnen. Wusch. Hier stellen wir sie rein. Wieder schließen. Warten. Hier wird was angezeigt jetzt. Wahrscheinlich wird geprüft. Füllung 26 Euro. Okay. 11 kg. Statt 45 Euro in der Tankstelle hier rund 26 Euro. Wir zahlen per Karte. Und zwar per Visa-Card. Da gibt es die Visa-Card. PIN eingeben. Zahlung erfolgt. Also die Rechnung. 26,95 Euro. Wo kriege ich jetzt das Ding? Ach, bitte warten. Jetzt wird im Hintergrund schwer gearbeitet. Das ist hier die Apparatur. Das ist hier die Apparatur. In der Zwischenzeit kann man sich ein wenig bräunen, zwar nicht gesund, aber die Januar-Cremor-Sonne ist okay. Oh Gott. Was ist passiert? Wunderbar. Bitte warten. Immer noch warten. Da steht das Wohnmobil. Also wir müssen nicht weit laufen. Das ist das Gute. Bitte die Tür öffnen. Jetzt geht es los hier. Jetzt öffne ich die Tür. Oh, mal schnell zurück. Voila. Und da haben wir eine 11-Kilo-Fasche. Und die kommt jetzt hier rein. Und so weiter und so fort. Das kann laufen.